Warum stehe ich hier? Warum predige ich? Weil ich glaube, dass Gott etwas zu sagen hat. Weil ich glaube, dass Gott redet. Weil ich glaube, dass Gott ein lebendiges Wort heute noch spricht. Nicht nur Jesus vor 2000 Jahren, sondern dass er heute noch durch uns redet. Dass er ein Wort hat. Ein Evangelium. Ein lösendes Wort. Ein kraftvolles Wort. Ein Wort der Versöhnung. Ein Wort des Friedens. Ein Wort, das unserem Alltag eine neue Perspektive gibt. Ein Wort, das unsere Liebe zu Gott neu entfacht. Ein Wort, das uns Hoffnung schenkt. Und deshalb stehe ich hier gerne und möchte uns Gottes Wort heute weiter sagen. Und ich glaube, dass er ein Wort für dich heute hat. Ich habe eine Leiter mitgebracht. Der aufmerksame Gottesdienstbesucher wird schon festgestellt haben, dass es mehrere Leitern gibt. Nach Gottesdienst werde ich draußen auf dem Rasen stehen und ihr dürft gerne auf mich zukommen und mir die richtige Anzahl der Leitern sagen, die hier im GZ stehen. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Aber damit ihr wisst, dass ihr mir wirklich am Herzen liegt, lege ich jetzt meine neueste Lieblingsschokolade in die Waagschale. Schoketten, let's go, sweeten and salty. Ihr könnt meine Familie fragen, ja. Ich habe sie bei mir versteckt im Büro, da darf keiner ran, nur mit Sondergenehmigungen. Und jetzt bin ich bereit, euch, dir, diese Schokolade zu überreichen, wenn du mir nach dem Gottesdienst sagst, mit Abstand natürlich bitte, wie viele Leitern hier im GZ stehen. Falls jemand sagt, sweeten and salty ist nicht meine Schokoladenmarke, dann habe ich noch Tutti Frutti. Und die heute Abend kriegen dann eben das, was übrig bleibt. Die Leiter lautet die Predigt für heute. Als Unterüberschrift vom Überwinden unserer Verletzungen und unseres Versagens. Ich war diese Woche Joggen, Dienstag, und normal versuche ich auch, meine Geschwindigkeit zu erhöhen, aber am Dienstag war es besonders. Da hatte ich wirklich eine gute, gesegnete Zeit, und Gott hat mir ganz viele Dinge bewusst gemacht. Und unter anderem habe ich über diese Leiter nachgedacht beim Joggen, und anschließend habe ich es gleich aufgeschrieben und gedacht, das war die Predigt für den heutigen Sonntag. Die Leiter vom Überwinden unserer Verletzungen und unseres Versagens. Diese Leiter steht symbolhaft für unseren menschlichen Versuch, uns aus unserem eigenen Loch zu befreien. Was ist das für ein Loch? Dieses Loch, in dem wir uns immer wieder befinden, steht für unsere Verletzungen oder unser Versagen. Ein Loch, in das wir immer wieder hineinfangen. Und ich möchte jetzt gleich dann einige dieser Löcher skizzieren, und ich glaube, ganz schnell werdet ihr für euch merken, in welchen Löchern ihr euch immer wieder befindet. 1. Januar 2020. War grundsätzlich ein schöner Tag. Nachmittags habe ich ganz traditionell das Skispringen angeschaut. Und dann kam der Abend, und dann hatten Conny und ich einen richtig heftigen Streit. Ich war wütend, ich war ärgerlich, ich hatte mein Tablet in der Hand, bin aufgestiegen und im Zorn habe ich dieses Tablet auf den Boden angeschmissen. Und nicht jetzt, sondern damals saß es so aus, das Display seither versplittert. Ich saß in meinem Loch. Im Loch meiner Verletzung. Tapaziert, 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 tapaziert mit Tapeten meines Selbstmitleides. Conny hatte mich nach meinem, wir haben es abgesprochen, Ja, lieber Schatz, ich liebe dich. Nach meinem Dafürhalten hatte sie mich verletzt. Und jetzt saß ich in diesem Loch. Und im Bild gesprochen war da diese Leiter. Der Weg in die Freiheit. Weg von der Verletzung. Weg von diesem schlechten Gefühl. Wir haben den 1. Januar, will man so ins Heer starten. Aber ich konnte diese Leiter nicht holen. Und ich wollte diese Leiter nicht holen. Ich wollte, dass sie kommt und die Leiter hinabsteigt zu mir. Und sich bei mir entschuldigt. Oder zumindest meine Verletzung anerkennt. Und er mir recht gibt. Aber sie kam nicht, beziehungsweise nicht so, wie ich es vielleicht erartet hätte. Und ich weiß es auch gar nicht mehr genau, wie es deinem Einzelnen war. Aber diese Situation hat mich älgerlich, wütend, zornig gemacht. So, dass ich aufgesprungen bin und habe mein Tablet auf den Boden geworfen. Vielleicht ist es sowas ja ganz fremd. So ein Loch der Verletzung, des Älters, der Wut, der Enttäuschung, der Trauer, der Sorge. Wir reagieren ja auch ganz unterschiedlich. Der eine ist wütend und aufbrausend und springt wie ein gefangener Tiger im Käfig herum. Und der andere wird ruhig und ruhiger und still und zieht sich innerlich zurück. Und dann wartest du in deinem Loch, bis etwas geschieht. Bis der andere kommt, dir die Hand reicht, ein gutes Wort sagt, sich entschuldigt. Um in ihm dann wieder die Treppe oder die Leiter hinaufzusteigen und diese Verletzung oder auch das Versagen zu überwinden. Wie sieht eine Verletzung aus? Vielleicht bist du verletzt, weil dich ein anderer klein gemacht hat. Den Daumen über dir gesenkt hat. Wir leben in einer Zeit der ständigen Beurteilung. Daumen hoch, Daumen runter. Der andere hat dich dämendet. Hat dir nicht den Respekt, nicht die Würde gegeben, die dir eigen ist, die du verdienst. Du bist verletzt, weil du immer gibst und dich investierst und der andere nur nimmt. Ob das in Wirklichkeit so ist, sei dahingestellt, aber es fühlt sich für dich so an. Du bist verletzt, weil dich jemand verlassen hat. Weil dir eine Freundschaft in die Brüche gegangen ist. Weil dir jemand die Treue, die Verbundenheit aufgepfündigt hat. Und so gibt es Löcher der Verletzung, in die wir immer wieder hineinfallen. Löcher, die dann voller Trauer sind, voller Angst, voller Resignation oder voller Wut. Es gibt nicht nur die Löcher der Verletzung. Es gibt auch die Löcher des Versagens. Es geht mir heute Morgen mehr um die Löcher der Verletzung. Aber auch das Versagen will ich kurz ansprechen. Manches Mal hängt es ja auch zusammen. Es gibt eine Sache im Leben, da scheitest du immer wieder. Du möchtest es nicht. Aber diese Macht ist so stark, dass sie dich immer wieder auf den Boden wirft. Du möchtest hinaus aus diesem Loch, aber du schaffst nicht mal den Weg zur Treppe. Du weißt, wie deine Löcher des Versagens aussehen. Manchmal sind es einfach, in Anführungszeichen, nur schlechte Gedanken über andere, über dich selbst. Gedanke des Vergleichens. Der ist besser oder der ist schlechter. Manchmal sind es Gewohnheiten, die dir die Freiheit rauben. Eigentlich nichts Großes. Aber du kommst nicht davon weg. Du sitzt in deinem Loch und wünschst dir Veränderungen. Du siehst diese Leiter und ab und zu versuchst du, die Leiter hinaufzugeben. Manchmal klappt es für kurze Zeit und dann stürzt du wieder ab. Jetzt sitze ich also in meinem Loch der Verletzung. Manchmal verschuldet, manchmal unverschuldet. Und dann steht da diese Leiter. Die Leiter, die in die Freiheit führt. Ich wünsche dir, da steigt jemand die Leiter herab. Entschuldigt sich bei dir, gibt dir Recht. Oder nimm dich einfach nur wahr. Oder nimm dich an. Aber da kommt keiner. Es kommt einfach keiner. Warum kommt keiner? Der andere, der dich verletzt hat, dem ist es vielleicht gar nicht aufgefallen, dass er dich in dieses Loch herabgestoßen hat. Für ihn war es ein leichter Wendler. Aber für dich war es der Fall ins Bodenlose. Der andere kommt nicht, weil er ebenfalls verletzt ist. Und er schafft es nicht aus seinem Loch. Ihr würdet vielleicht gerne bei dir kommen. Aber ihr schafft es nicht, die Leiter hochzukommen. Der andere kommt nicht, weil es ihm vielleicht egal ist. Ich hoffe nicht, dass das unter uns Christen der Fall ist. Aber sowas soll es geben. Dem anderen ist einfach egal, ob du verletzt bist oder nicht. Oder dem anderen gibt es nicht mehr. Ich denke an eine liebe Frau, die ich schon lange kenne. Sie hat eine schwere Kindheit. Ein schweres Elternhaus zu ertragen. Und es holt sie immer wieder ein. Aber die Eltern sind schon lange tot. Sie verursachen immer noch Verletzungen in ihrem Leben. Aber sie werden auch definitiv nicht kommen. Weil sie nicht können. Die große Gefahr ist, dass wir es in unserem Loch sitzen bleiben. Dass wir aufhören, zur Leiter zu kommen. Die Leiter hochzukommen. Die Gefahr ist der Verhärtung. Die Gefahr der Frontstellung. Ich liege in meinem Schützenkram und schieße auf den anderen. Ich will ihm ja nichts Böses. Ich will mich ja nur verteidigen. Aber in dem ich mich verteidige, schieße ich auf den anderen und verletze ihn wieder. Und wenn diese Verhärtung eintritt, dann ist es so, dass manche die Ehe verlassen. Dass manche aus der Beziehung ausstehen. Dass manche die Gemeinde verlassen. Weil sie so enttäuscht verletzt sind. Weil keiner auf sie zukommt. Andere bleiben in der Beziehung. In der Gemeinde. Ziehen sich aber innerlich zurück. Und richten sich ein. Weil es keine Veränderung gibt. Jetzt hoffe ich, dass dieses Bild nicht zu düster war für euch. Aber ich glaube, es ist einfach unsere Realität, unsere Wirklichkeit. Und ich habe hier von meinen Löchern berichtet. Und ich vermute, dass es auch bei euch Löcher gibt. Manchmal sind es nur kleine Mulden. Aber manchmal auch Abgründe. Und jetzt frage ich euch. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn jemand diese Leiter herunterkäme zu euch in eurem Loch? Was wäre, wenn da jemand käme, mit dem ihr überhaupt nicht gerechnet hätte? Und das ist das Wort. Die gute Nachricht, die Gott dir heute Morgen zuspricht. Und Gott sagt dir, ich steige diese Leiter zu dir in der Hand. Deshalb bin ich Mensch geworden, um zu dir zu kommen. In dein Leid, in deine Verletzung, in dein Erge, in deine Wut, in dein Versagen, in deine Schuld. Was es auch immer ist. Ich komme zu dir. Die Lösung ist, dass Gott uns erlöst. Er streicht herab, damit wir hinaufsteigen können. Ein Bibelfest, der mich da in besonderer Weise immer wieder anspricht, steht in Matthäus, Kapitel 20, Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Er schenkt uns sein Leben, damit wir erlöst werden. Ja, von was? Dass wir erlöst werden von der Sünde, die ganz unterschiedliche Bilder hat. Dass er eben sich in Verletzungen und Versagen zeigt. All das, was nicht dem Leben dient, was uns gefangen nimmt, was uns klein macht, was uns bindet, was uns von Gott und den Menschen, den Mitmenschen abhält. Dafür ist er gekommen. Dafür hat er sein Leben gegeben, uns davon zu erlösen. Und diese gute Nachricht, dieses Evangelium, will ich uns in drei Teilen kurz vor Augen führen. Der erste Teil des Evangeliums lautet, er liebt mich bedingungslos. Jesus steht jetzt nicht oben an der Kante meines Lochs und sagt, komm Frank, steig die Leiter hoch. Reiß dich zusammen. Beeil dich. Lass dich nicht hängen. Mach schon. So bin ich oft. Dass ich den anderen annehme, wenn er meine Bedingungen erfüllt. Aber so ist Gott nicht. Er steigt die Leiter hinunter. Er kommt zu mir. Er zeigt mir seine Nähe, seine Liebe, seine Freundlichkeit. Spricht mir Trost, Vergebung zu. Wenn wir im Loch sitzen, dann sind wir oft alleine oder einsam. Und dann fragst du dich vielleicht auch, nicht nur wo der andere ist, sondern wo ist Gott. Und dann sage ich dir, Gott ist bei dir. Er ist an deiner Seite. Er ist in deinem Loch der Verletzung, in deinem Loch des Versagens. Nicht du musst zu ihm kommen. Er ist die Leiter herabgestiegen. Er ist bei dir. Diese erste große, schöne Wahrheit des Evangeliums. Seine Liebe und seine Gnade, seine Zuge, noch nicht bedingungslos. Das ist mir beim Joggen ins Herz gefallen. Wie oft ich Bedingungen an andere stelle. Wenn andere so wäre, oder wenn die Gemeinde so wäre, ja dann hätten wir was im Start. Und dann ist mir groß geworden, Gott ist anders. Er steigt die Treppe zu mir herab. Er nimmt mich so an und holt mich dort ab, wo ich bin. Der zweite Teil des Evangeliums. Er hat mir bereits vergeben. Und er spricht in meinem Leben, du bist frei. Wenn Jesus jetzt herabgestiegen ist, und ich hoffe, ihr habt es vielleicht in eurem inneren Auge vor euch. Jesus steht bei euch an eurer Seite. Dann ist es jetzt nicht so, dass er von mir fordert, gib frei. Strenge dich jetzt an, Schuld oder Versagen oder was es auch ist, loszugeben und herzugeben. Sondern er sagt, ich habe deine Schuld schon bezahlt. Ich habe deine Schuld, dein Versagen schon getragen. Der Gerechtigkeit habe ich Genüge getan. Eine kleine Veranschaulichung. Stell dir mal einen Beziehungskonflikt vor. Manche brauchen ja viel Fantasie, andere weniger. Und stell dir diesen Beziehungskonflikt als Autounfall vor. Es crasht zwischen dir, deinem Ehepartner, deinem Nachbarn oder wem auch immer. Ihr seid ineinander reingefahren. Und dann schlägt ihr aus und ihr guckt mal, lebt der andere noch. Nachdem das geklärt ist, was ist das Nächste? Wer ist schuld? Und du sagst schon, warum hast du nicht aufgepasst? Ich hatte doch Vorfahrt, ich kam doch von rechts. Und der andere sagt, nein. Und dann geht es los. Wer ist schuld und wer trägt die Hauptschuld? Und wer kommt für den Schaden auf? Und während ihr da so verhandelt, kommt eine dritte Person. Jesus kommt. Schaut euch fröhlich an und sagt, Freunde, ihr müsst nicht streiten. Ich bin für euren Schaden schon aufgekommen. Ich habe die Rechnung schon bezahlt. Ihr könnt es einfach in die Reparatur geben. Alle Kosten sind beglichen. Und wisst ihr, das ist Freiheit. Das zu erleben und zu erfahren, bedeutet frei zu sein. In zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass ich mich ständig verteidigen muss, sondern dass ich zu meiner Schuld stehen kann. Ja, so bin ich. Ja, ich war älgerlich und müde und habe vor der Zorn das Tablet runtergeworfen. Ja, ich habe in Gedanken dem anderen Dinge an den Kopf geworfen. Ja, so bin ich. Und die andere Seite dieser Freiheit bedeutet, ich muss dem anderen seine Schuld nicht hinterher tragen. bis er sich endlich einzigen, bis er sich endlich bei mir entschuldigt. Denn der Gerechtigkeit wurde schon genüge getan. Jesus hat diese Schuld schon gezahlt. Er hat sie schon geglichen. Ich muss nichts mehr hinterher tragen. Die Schuld ist weg. Ich wünsche mir eines für diese Predigt. Dass du jetzt oder heute Nachmittag oder gewissnächstes Mal in deinem Loch sitzt. Dass du siehst und spürst und hörst tak, 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 tak wie da jemand die Treppe, jemand die Leiter herunterstrengt. Und dass Jesus an deiner Seite steht. Dich nicht verurteilt. Und dir sagt, du bist frei. Du bist frei. Und dass er die Gewalt dieser Worte in euch spürt. Der eine mag dann ruhig hinsitzen und sich einfach freuen und der andere wird da hochspringen und einfach hüpfen und sagen Halleluja. Und wenn Jesus sagt, du bist frei, dann sagt er, und jetzt, Frank, gib her. Ich habe das ja schon getragen. Lass los. Deine Elbe, dein Zorn, deine Verletzung, gib's mir. Ich mache dich frei von dem, was dich bindet. Manchmal sind es diese Worte anderer, die mich binden. Sätze, die mich schon hart getroffen haben. Du bist blöd. Du bist weniger wert. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht hin. Du bekommst es nicht hin. Du bist ein Verlierer. Du bist nicht gewollt. Du bist anstrengend. Ich weiß nicht, welche Sätze anderer sich bei euch eingenistet haben, die präsent sind oder vielleicht sich irgendwo in eurer Seele befinden. und diese Sätze nehmen uns gefangen. Aber es sind auch die Sätze und Worte, die aus meinem Mund kommen, aus meinem Herzen, wo ich schlecht und böse über andere denke oder vielleicht auch rede. Auch diese Worte nehmen mich gefangen. Und jetzt diesen Worten, die von anderen kommen oder dem Wort, das aus mir selbst herauskommt, muss ich jetzt das Wort Jesu entgegenhalten. Und dieses Wort Jesu lautet, du bist frei. Diese bösen Worte haben keine Macht mehr über dein Leben. Ich denke, ich sage hier nichts Neues. Aber ich denke auch, dass wir es immer wieder neu hören müssen. Und ich denke, dass wir es immer wieder neu in die Tat umsetzen müssen. Gerade in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben wir oft an der Reaktion des Anderen hängen. Wenn der Andere die Leiter hinabstreckt zu mir, dann ist gut. Das fordere ich. Darauf warte ich. Und ja, natürlich. Da liegt natürlich ein enormes Potenzial, wenn der Andere zu mir kommt. Wenn ich auf den Anderen zugehe. Halleluja, wenn das geschieht. Wenn wir uns gute Worte sagen, uns entschuldigen, uns in die Augen nehmen. Habe ich ja vorher schon gesagt, manchmal ist es nicht möglich. Weil der Andere das gar nicht empfindet mich. Weil der Andere wirklich gar nicht mehr da ist. Weil dem Anderen es egal ist. Und dann, es ist gut, wenn der Andere kommt. Aber es reicht nicht aus. Was der Andere mir geben kann, ist wie eine gute Salbe, ein Pflaster. Aber der Schmerz, den der Andere verursacht hat, er geht oft tiefer. in den allermeisten Fällen ist da noch etwas im Untergrund. Ich hatte einen Autounfall. Ich bin jemand mit meinem, Entschuldigung, mit Citroën, meiner Frau, bin ich jemand auf sein Mercedes aufgefahren. Es war nass. Und ich war schuld. Bin ausgeschrieben, habe mich entschuldigt. War eindeutig. Zu dicht aufgefahren, konnte nicht mehr bremsen, zack, hinten drauf. Das war so klar. Und dann habe ich diese Riesendelle gesehen in seiner Stoßstange. Adressen ausgetauscht. Jetzt wollte meine Versicherung nicht bezahlen. Er hat mir angerufen, gedroht. Es kam vor Gericht. Und wisst ihr, was ich herausgestellt habe? Diese Riesendelle, die war vorher schon drin. Ja, ich bin ihn hinten drauf gefahren. Aber diese Riesendelle, die er mir anhängen wollte, die war schon lange drin. Der Richter hat mich sogar verspottet. Meins zu trönen, könnt ihr doch mit diesem Mercedes das gar nicht bewusst sein. Danke für das Gespräch. Aber ich war natürlich erleichtert. Und ohne Schuld, und dass ich irgendwas bezahlen musste, habe ich ihn ausgegangen. Und ich glaube, so ist es ganz oft auch. Dass wir den anderen hinten drauf fahren. Und ja, wir haben da was falsch gemacht. Aber da gibt es noch einen Schmerz, eine Verletzung, die viel tiefer geht. Und die Bibel nennt es Sünde. Das, was uns trennt von Gott, das ist so tief in uns drin. Es ist gut, wenn der andere, gut und richtig, wenn der andere sich entschuldigt, wenn ihm das bewusst ist. Aber es braucht noch mehr. Der Schmerz sitzt tiefer. Es braucht jemanden, der mir hilft, diesen tiefen Schmerz zu heilen. 1. Januar, Conny und ich, das war damals kein leichter Tag, aber wir haben uns versöhnt. War alles wieder gut, sonnenschein, glücklich. Und dann kam sie irgendwann auf diese glorreiche Idee, wie wäre es denn, wenn wir auf einen Ehe-Workshop gehen würden. Ja, nach dieser Aktion konnte ich schlecht ein sein. Habe es versucht auch. Und da sind wir hingegangen. Als fröhliches Ehepaar war alles gut. Und dann gab es aber eine Situation oder zwei Situationen, wo Gott bei Conny bei mir was ganz tief angewürtet hat. Wo er mir die Augen geöffnet hat, wie ich Conny über Jahre hinweg einen Schmerz zugefügt habe, den ich gar nie wahrgenommen habe. Den ich gar nie wahrgenommen habe. Obwohl ich sie liebe. Und erst als das in der Oberfläche war, konnte ganz viel Heilung in unsere Beziehung hineinkommen. Es ist gut, wenn wir Hilfe in Anspruch nehmen, Seelsorge, Lebensberatung, eine gute Freundschaft. Aber in diesem tiefsten Schmerz kommt nur Gott unser Heiland. Der mir sagt, Frank, du bist frei. Du kannst es loslassen. Das Evangelium, im dritten Teil, ganz kurz, ist folgendreich. Jesus sagt, jetzt und los, steig mit mir die Leiter hinauf. Biblisch korrekt wäre zu sagen, nicht nur, dass Jesus mich an der Hand nimmt, sondern dass er in mein Leben kommt, dass wir gemeinsam diese Leiter hinaufsteigen. zwei Dinge will ich an dieser Stelle zum Ende sagen. Zum einen, schau, dass du so schnell wie möglich aus deinem Loch herauskommst. Richte es dir in deinem Loch nicht ein. Pflege deine Verletzungen nicht mit Selbstmitleid. Und befeuere auch deinen Geist nicht mit Rache-Gedanken. Wenn du im Loch sitzt, schau, dass du herauskommst. Und wie? Nicht aus eigener Kraft, sondern indem du auf Jesus schaust. Dass du siehst, wie er zu dir kommt, er sich an deiner Seite stellt. Wie du diese Worte hörst, du bist frei, ich habe für dich schon bezahlt. Und wie er dir die Hand reicht und sagt, jetzt lass uns gemeinsam die Leiter hinaufgehen. Und das Zweite, übe dieses neue Leben ein. Deine neuen Gedanken brauchen ein Übungsfeld. Den anderen zu sehen, ihm Gutes zu tun. Kürzlich hat mich auch das Verhalten einer Person verletzt. Die ist nicht wie in der Gemeinde. Conny hat es mitgekriegt. Und mittlerweile ist das Ding, die Person denkt, er weiß, hat es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, was ihre Aussage mit mir ausgelöst hat. Und ich denke, es ist gut. Und er sagt aber Conny halt morgen, Frank, schreib doch die unserer Person eine Mail und sag ihr was Gutes. Und das habe ich jetzt auch getan. Dieser Segen Gottes, der durch uns fließt, braucht neue Bahnen, neue Wege, beginne dem anderen Gutes zu sagen, Gutes zu tun. Die Leiter. In unserem Alltag braucht man immer wieder Leiter. Um Krise zu brechen oder irgendwas zu putzen im Haushalt oder um die Schokolade vor Kindern zu verstecken. Und ich wünsche mir, dass, wenn ihr das nächste Mal eine Leiter seht, ihr habt diese Kredite. Wenn du im Loch sitzt, Jesus kommt in dir in ein Loch und sagt dir, du bist frei. Steig in mir hinauf. Amen. Ich freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam das Lied hören und im Herzen singen. Jetzt wäre ich, von meiner Seite schon ganz zum Schluss. Sonst würde ich jetzt auch beten und wer ist es lieber? Ich würde es anders tun lieber, aber ich will meiner Frau gerade heute, wieso kriege ich nicht das? Also dann bete ich mit uns und spreche uns Gottes Segen zu. Ja, Jesus Christus, irgendwie mag ich jetzt gar nicht mit groß viel beten, sondern einfach dich nur bitten, dass du dich jedem von uns hier offenbarst. Du siehst unsere Löcher der Verletzung und des Versagens und dass wir dich darin erleben und dass unser Leben neu und heil wird, ein und das andere machen. Danke, dass du uns schon so viel gegeben hast, uns persönlich, aber auch dieser Gemeinde, den Christen hier hat, und Herr, das ist unser Wunsch. Es gibt so viele Menschen in uns herum, denen es genauso geht, die auch auf Hilfe und Heilung und Errettung und Neuanfang angewiesen sind. Wie viele Beziehungen scheitern, wie viele Ehen gehen in die Brüche. Herr, wir brauchen dich. Und so wirke du unter uns und dass wir dann aber auch das beides sagen, dass du unser Heiler bist und dass du jemand bist, der mehr gibt als eine Salbe oder eine Pflaster, sondern wirklich die Dinge neu machen. und das wirke du in uns und segne uns dazu. Und so